Gigi Berufio und Dana Feist stehen endlich offiziell zu ihrer Liebe. Schon lange gibt es Gerüchte, dass Dana die neue Frau an der Seite des TV-Casanovas ist. Nach seiner turbulenten On-Off-Beziehung mit Michelle Daniel lässt sie sein Herz wieder höher schlagen. Jetzt zeigen die beiden ihr Glück auch öffentlich und plaudern im Promi-Flash-Liebesinterview gleich intime Details aus. Doch nicht nur im Bett läuft es bei den beiden offenbar super. Sogar eine Hochzeit schließen die Turteltauben nicht aus. Der Ex-Dschungelcamper findet gar nichts, was er an seiner Freundin nicht mag. Und auch die Soldatin schwärmt nur in höchsten Tönen von Gigi. Scheint, als hätten sich hier wirklich zwei gefunden. Mhm. Mhm.